Moin Jungs, ADS back und willkommen zu 337. Folge von Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir werden heute hier diesen Bereich in ein neues Feld verwandeln, weil ich das ziemlich schön finde, wenn viel von den Landschaften erstens aussieht, als hätte man damit selber was gemacht und das nicht einfach nur grün ist. Also ich finde auch das Grün schön, aber wir haben ja da drüben schon ein Riesenfeld und ich gucke einen, ich weiß gar nicht, ob das ein Brite ist oder ein Amerikaner, aber ich gucke einen englischsprachigen YouTuber, der heißt Fwip, also Fwip und der hat in seiner Welt, die ich ziemlich geil finde, sehr viel Flächen immer zu Feldern gemacht und das sieht ziemlich cool aus. Und dann hat er halt so die Wege da so durchgehend und das sieht, das sieht einfach mega cool aus, weil das alles noch so ein bisschen benutzter aussieht, als wäre das alles halt wirklich in, ja einfach in Benutzung, also das ist zwar ein blödes Wort, jetzt sozusagen, es sieht halt einfach aus, als würde jemand wirklich dieses Land für irgendwas verwenden, anstatt dass es einfach nur grün ist. Und genau das werden wir jetzt hiermit hoffentlich auch schaffen. Wie gesagt, wir haben ja schon ein relativ großes Feld, was in drei Arten von Feldfrüchten aufgeteilt ist. Und zwar da vorne, wir haben ja Weizen, Karotten und dann Kartoffeln, je tiefer man geht, also oben ist Weizen, in der Mitte sind Karotten und unten sind dann Kartoffeln und damit bin ich auch sehr zufrieden. Aber, hätte gern noch viel mehr, weil funktional ist das Ganze eh nicht, also wir brauchen das nicht. Wir haben genug an Essen, dass wir nicht hier so ein Riesenfeld bräuchten. Es sieht halt einfach extrem cool aus. Und jetzt habe ich zwei Minuten gebraucht, um eigentlich genau dasselbe zu sagen, wie ich in den ersten zehn Sekunden davon gesagt habe. Aber, willkommen beim Minecraft Nostalgi Let's Play mit AT Gaming. Wenn ihr neu seid, gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema. Ich möchte einmal von meinem ganzen Herzen Danke sagen für 61 Abos zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Eigentlich waren es noch 60, dafür wollte ich mich bedanken, aber ihr seid so schnell, dass es jetzt schon 61 sind. Und ja, danke, mega geil. Ich hoffe natürlich, es kommen noch viel mehr dazu. Und die neuen Videos, die hier jetzt gerade kommen, die haben ja auch alle okay, gute Aufrufzahlen. Also klar, man wünscht sich immer noch mehr, aber die sind an sich schon mal ganz gut. Das sind ja jetzt auch alles Sachen, die ich noch nie so wirklich gemacht habe. Also Hardcore habe ich halt noch nie gespielt. Und jetzt direkt halt mehrere Let's Plays davon auf einmal starten ist natürlich auch... Aber was heißt Let's Plays? Es ist ja mehrere Formate in dem Stil, auf einmal zu starten. Ist natürlich dann auch schon eine Hausnummer, wenn man es vorher noch nie gespielt hat. Aber ich bin mutig und ich gucke halt persönlich ziemlich viele dieser 100-Tage-Challenges. Und halt auch Hardcore-Let's Plays, wie ich zum Beispiel von Fwip. Und ich finde das mega cool, weil da hat man halt trotzdem noch diese kleine Challenge extra dazu. Und was der Typ halt baut oder was die Leute in diesen Videos, die ich gucke, halt bauen, ist halt mega cool. Und das kann man halt in so einer klassischen Let's Play-Folge gar nicht schaffen, weil die geht ja nur 15 bis 20 Minuten. Und ich habe zum Beispiel gestern, für euch vorgestern, anderthalb Stunden für das Hardcore-Let's Play aufgenommen. Und ich habe gefühlt nichts geschafft. Anderthalb Stunden wären sechs Folgen. Hier. Sechs Folgen und nichts geschafft, das wäre schon hart. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, sozusagen. Ich muss mal eben kurz gucken, dass wir hier so ein paar Sachen kurz mal hier wegschmeißen. Die Seeds können wir sogar schon einpflanzen. Zack. Und natürlich die Blumen können wir jetzt auch wieder hin tun. Musst du die halt nur hier mal weg tun, weil wir den Platz halt brauchen. Wir packen mal hier noch eine davon hin. Den Busch tue ich dann hier hin. Und dann ist das Feld hier auch schon weg, beziehungsweise leer. Den tue ich dann hier an den Rand. Und ja, es wird natürlich nochmal deutlich leichter gehen oder schneller gehen, wenn ich mehrere Eimer hätte. Oder da oben eine unendliche Wasserquelle habe. Ich habe mir irgendwie, habe ich jetzt wenig Lust, hier noch extra eine zu machen. Obwohl, ich glaube, wir machen es. Ich glaube, wir machen hier eben eine einfach, weil es halt deutlich schneller nochmal geht. Ich weiß halt auch leider nie genau, wie viel Wasser oder wie viele Felder ein Wasser-Ding so wirklich macht oder bringt. Das ist halt auch nicht so clever, dass ich mir das auch nie merken kann. Aber ich glaube, wir sind noch gut. Machen wir hier wieder einen hin. Ja, das war eine gute Entscheidung mit der Wasserquelle. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte euch außerdem noch was erzählen über die neuen Hardcore-Videos. Beziehungsweise generell über die Videos, die jetzt hier auf diesem Kanal kommen werden. Den packe ich doch nochmal weg und mache das hier nochmal so. Und dann können wir tatsächlich auch was richtig Geiles machen. Den da weg. Und dann können wir das Wasser verstecken. Bumm. So. Jetzt sieht man die Wasserquelle nicht und hat trotzdem Wasser. Geil, oder? So. Okay. Pack ich den halt hier hin. Und weiter geht's. Hier wieder eine Wasserquelle hin. Wir können da später auch noch Slabs reinmachen oder was auch immer. Keine Ahnung. Also. Ich werde jetzt sehr viele neue Projekte ausprobieren. Das heißt, ich werde überall immer eine Folge von machen. Und ihr werdet dann mir sagen, durch Aufrufe und Likes und so weiter, ob ihr davon mehr sehen wollt. Und ich werde dann halt ein paar Tage warten, gucken, ob die Videos gut ankommen. Und wenn die gut ankommen, dann kommt davon halt eine weitere Folge. Und wenn die nicht gut ankommen, dann nicht. Weil ich will natürlich nur Videos machen, die ihr auch mögt. Beziehungsweise. Erstmal will ich Videos machen, die mir selber Spaß machen, klar. Aber. Danach kommt halt schon dieser Punkt mit. Das muss ja auch irgendwer gucken. Wieso habe ich jetzt? Achso. Das muss halt schon irgendwer gucken. Und zum Beispiel die erste Folge von die 10 Tage in Minecraft Hardcore. Das kam gut an. Die zweite Folge kam aber schon wesentlich schlechter an. Natürlich, ich habe auch relativ lange gebraucht. Darüber habe ich ja auch schon mal geredet. Dass es halt echt komischerweise an meinem PC liegt. Was ich selber kaum fassen kann. Weil der ist halt eigentlich extrem gut. Aber sobald ich auch nur einen kleinen Zeitraffer bei Premiere habe. Ist direkt vorbei. Dann ist der so überlastet. Instant. Das ist der Hammer. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie verstehen. Weil es macht auch einfach keinen Sinn. Aber gut. So. Ist jetzt hier alles grün? Ne, ne? Ich glaube, hier brauchen wir noch eine. Machen wir die hier noch. So. Dann machen wir die. Wo packe ich die Rose eben hin? Hier. Dann den Eimer. Und dann haben wir das Feld auch an sich schon quasi fertig. Jetzt sollte hier eigentlich alles grün werden. Beziehungsweise bestellbar sein. Und dann hoffentlich grün werden. Beziehungsweise ich weiß nicht, was wir sonst noch für Farben nehmen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir die fackeln lassen. Oder nicht. Was wir natürlich hier noch machen können, um hier tatsächlich so eine kleine Barriere reinzubringen. Noch ein kleiner Tipp von Fwip. Mit Blättern. Ich habe ja hier ab und zu auch schon so kleine Hecken. Aber das könnte man halt noch viel weiter ziehen. Und dann wirklich mal hier so das komplette. Hier so eine komplette kleine Hecke hinmachen. Da kommt dann halt auch keiner mehr durch. Und wir haben tatsächlich eine kleine Abgrenzung. Das könnte man machen. Weiß ich nicht, ob wir das machen. Weil ich glaube, ich habe auch keine Blätter. Und das müssten wir dann auch erstmal holen. Aber an sich könnten wir das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall eine Option. Müssen wir halt überlegen. Gucken, wie aufwendig das wäre. Aufwendig wäre es eigentlich nicht. Aber halt auch gucken, ob ich das gut hinkriege. Okay, wir haben Blätter. Dann Ja, wir die jetzt auch mal benutzen. Sollte reichen. Ich überlege noch. Ich würde gerne noch ein bisschen Bambus dazu tun. Und habe ich noch Ja, Bone Meal. Bone Meal ist auch gut. Auch geil, dass ich gerade das Blatt einfach so abgebaut habe. Obwohl ich zwei Items habe, die das beides abbauen könnten und behalten würden. Aber gut. Das muss nicht immer alles Sinn machen. So, laufen wir eben hier rüber. Also. Dann Hier ist natürlich sehr dunkel. Das heißt, ich würde gerne hier ein bis zwei Blöcke noch freilassen. Und dann hier die Blätter hin machen. Irgendwo Holz. Ja, haben wir. Heißt, ich mache hier mal so ein bisschen Holz hin. Und mache die Hecke dann sogar zwei hoch. Damit zumindest Zombies da nicht hinkommen. Dann mache ich hier noch ein aus Holz so hin. Und dann ziehe ich die hier einfach so hin. Und mache die hoch. Und das sieht schon glaube ich besser aus. Guck mal. Da haben wir direkt eine kleine natürliche Barriere. Dann will ich davor noch bitte kurz bisschen Bone Meal. Zack, zack. Sehr gut. Hier können wir generell alles noch viel grüner und so weiter machen. Das ist ja auch alles noch lange nicht so wie es sein kann. It isn't even the final form. Und ob es es fällt. Aber es sieht schon deutlich cooler aus jetzt. Auch noch grüner machen. Natürlich, wir haben ja auch noch ganz viele Blumen irgendwo. Und wenn nicht, holen wir halt noch welche. Hauptsache wir haben kein hohes Gras. weil er so hohes Gras. Teilweise. Meistens. Manchmal sieht es halt auch cool aus. Aber halt wirklich sehr selten. Hier ist noch Bambus. Aber ich habe auch noch irgendwo Bambus. Was wir einfacher glaube ich benutzen können. Muss ich mal kurz gucken. Alright. Glaube. Im Lagerhaus müsste in irgendeiner Kiste noch was sein. Sicher bin ich mir nicht. Weil ich glaube es. Hallo. So. Ich habe gerade gemerkt, ich war die ganze Zeit mehr so neben dem Mikro als wirklich davor. Also falls die Audio ein bisschen komisch war, lag es daran. Okay, wir haben doch keine mehr. Hier war aber mal ein Bambus drin. Dann würde ich sagen hier drin vielleicht. Weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo das sein könnte. Das sieht so geil aus, ne? Ich liebe auch den Shader. Ich wünschte, es gibt, dass es noch eine neue Version davon irgendwie gäbe. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob es die gibt. Ist hier eine Biene abgehauen oder ist das eine von draußen? Da ist sie. Ich glaube, das ist eine, die hier draußen so wohnt. Machen wir mal so. Ich habe keinen Platz im Inventar. Belastend. Sammeln hier das Bambus. Bambus wächst ja so schnell nach. Da ist das eigentlich egal. Nehmen wir noch hier einen von den ganz Großen. Dann haben wir ganz schnell ganz viel. Und wahrscheinlich Ende nächster Folge ist das schon wieder bis oben. Das ist halt echt geil. Das haben die sehr realistisch hingekriegt. So. Nehmen wir das auch in die Hand. Was man auch machen könnte, wir haben ja jetzt wieder quasi ein Getreidefeld. Was man machen könnte, wäre auch noch ein weiteres oder ein Feld aus Blumen. Wo man dann ein komplettes Feld mit nur einer Sorte von Blumen nimmt. Beziehungsweise von ein, zwei Sorten. Und ich würde euch sehr gerne Beispielbilder einblenden. von Whip. Ich weiß nicht, wie das ein Copyright ist, aber ihr werdet schon glaube ich relativ schnell merken, wie ich das meine. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Habe ich richtig Scheiße gebaut. Weil jetzt ist hier kein Wasser mehr. Habe ich mein Essen weggeschmissen. Warte mal kurz. Ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander. So, warte kurz. Hier einmal Weizen hin. Dann mein Essen holen. So. Und dann wieder Wasser hier hin. Und dann ist okay. Dann haben wir es geschafft. Ist da Wasser? Ja, das Wasser. Okay, das heißt, es sollte alles green bleiben. Okay. Alright. That's fine. Okay. Wir lassen das. Könnt ihr jetzt weiter sinken, aber ich verschone euch mal. Und mich. Vor allem, weil ich das in so einem schlechten den Denglish gemacht habe. Ja, nochmal zurück zu den Videos. Das Ding ist natürlich, wenn du jetzt einen Kanal findest, der Minecraft Challenges macht, dann wird dich wahrscheinlich nicht interessieren, dass der auch ein Let's Play macht, wo der 15 Minuten einfach brabbelt. Weil die anderen Videos sind halt alle geschnitten und relativ schnell vom Pace und das hier ist halt einfach wirklich, ich labere so, wie ich halt gerade labere. Und wenn ich halt scheiße labere, dann ist es halt so. Und das ist halt bei den Challenges nicht so. Oh! Yo, Alter, wie schnell ist denn er? Komm her. Ich hab mich übel erschreckt. Lappen, Alter. Was ist denn er? Ja. Ähm, deswegen kann ich verstehen, dass dann hier die Folgen im Vergleich so gut wie gar keine Aufrufe haben. Das Doofe ist, also das wäre mir egal, das Doofe ist, dass es schlecht ist für den Kanal, weil wenn der Großteil der Videos und das ist ja nun mal der Großteil, weil die kommen hier halt jeden Tag und die anderen Videos kommen vielleicht ein, zweimal die Woche. Der Großteil der Videos ist halt hier das. Und wenn das dann keiner guckt, dann denkt YouTube, hm, wohl nicht so geil, was der Typ macht. Dann zeigen wir die anderen Sachen auch nicht mehr. Und das ist halt ungeil. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wir haben das Feld ein bisschen weiter gemacht. Sieht schon ganz gut aus. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns auch morgen direkt in der nächsten Folge um 12 Uhr wieder. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschau, tschau. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.